Willkommen im Wildlife Camp. Möchtest du Hilfe, damit du dich hier besser zurecht findest? Dann klicke einfach auf den blinkenden Pfeil. Du bist in deinem eigenen Wildlife Camp. Die Nationalparkaufsicht freut sich sehr, endlich jemanden gefunden zu haben, der sich um die pflegebedürftigen Wildtiere kümmert. Schau dich ruhig einmal hier um. Solok ist vor dem Behandlungsraum eingetroffen. Er hat ein beeindruckendes Tier bei sich. Er hat ein beeindruckendes Tier bei sich. Hallo, ich bin Ombobu. Falls du Medizin brauchst für deine Tiere, dann schau bei mir rein. Ich hoffe, du findest etwas Passendes. Gute Arbeit! Du hast das Zebra geheilt. Du solltest es nun noch richtig durchfüttern und von Schmutz befreien, bis es wieder voll zufrieden ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.